Woa, 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 woa So Dann durchsuchen wir mal die Archive hier Oh, okay, das war Glückstreffer, direkt der erste Akte, die ich durchsucht habe Volltreffer Gewunden Also, bin jetzt auch mal Dürftig kräftig ausgerüstet Ja, wieder hoch Alles klar Tür ist offen Au, au Da steckt er wieder bei mir in der Wand Die Musik ist irgendwie voll smooth Ne, ist bei mir wieder dieselbe Wie in der ersten Mission Die kommen hier Blöde Dings Musik Die Musik Die Musik Zeig dich Volltreffer Bist du brutal Bist du brutal Oh Oh Ernsthaft Hä Da So So Ich brauche jetzt erstmal Heilung Mal wieder Ja Zum Glück noch nicht Alter Da ist ja auch nämlich viel drin Ja, es gibt ja noch einen Koffer Und Und dann haben wir ja noch unsere eigenen Medics Sachen Von daher Passt schon Aber deploy Teil von Teil 就會 Bei B die bei Dum 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 da das m fischer Au! 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 Keiner down? Komm schon, komm schon! Zweiter Schild down Ich kümmere mich drum Bin hier nach oben Ich brauche Money Und wieder zurück So, ich hole mir erstmal auch Money Weil ich bin auch ein bisschen out of ammo Alter, keine Granaten mehr Ja Aber so wie du auch die Granaten verballerst He Das heißt verballern, da war eine Gruppe von SWAT Leuten Dazu habe ich die da benutzt Bleib wo du bist Ich werde Arbeit machen Ich werde Arbeit machen! Cover mich! Ich werde mich jetzt wiederholen Ich werde mich weiter Bei mir versuchen, einen riesigen Figuren Ich werde mich anerkennen die tippe die tippe dann noch knapp eine Minute dann sind wir hier auch so gut wie fertig bei er sollte ich mich zum gegenfass 15 minuten ja es wird so diese hier verdammt ich habe immer den server und dann abmarsch Der Flur ist verraten. Er stellt übrigens die OGM die ganze Zeit selber. Natürlich. Was ist mit Yeah? Granate. Die die gerade benutzt hatte. Die Granate, die die gerade benutzt hatte. Alle drei auf einmal. Zwei waren das. Ach, zwei. Zwei habe ich abgeknallt und zwei waren es. Noch. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Abmarsch. Alles klar, ich komm. Almost there, almost right, motherfucker! No one will look twice at us in this ride. Get in! Didi! Why don't we just use the spoon? Pfff. Ach, ja. Alter, das gibt Kohle. Boah, das geht. Wirf Bonus. Na, den von vorhin. Yeah, level up! Komm, komm, komm. Und noch mal ein halbes. Ah, shit. Oh, da fehlt noch ein bisschen. Nochmal so knapp. 11.234. Knapp 60 Erfahrungspunkte gekriegt. Also 60 Prozent nochmal voll vom Kreis. Mhm. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Wow, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, jetzt so. Betrachtet. 100.000 WTF will ich auch haben! Ich hab' nur 90.000 gekriegt vorhin! Voll die Verarsche hier! Mit dir spiel ich nicht mehr. Habe ich eigentlich Punkte? Nein, stimmt. Ich hab' ja keine Punkte. Master. Ich muss echt gucken, was ich da rausnehme. Ne. Quatsch. Kann ich nicht irgendwie... Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht irgendwie nochmal verändern, die Maske? Ich will die Maske verändern können. Kann ich nicht. Boah, Alter, sieht die badass aus. Maske verkaufen. Neue Maske kaufen. Normal. Äh. Berüchtigt. Deals. What the? Ah, die komische... Hoxenmaske. Ich will jetzt aber nicht so eine hässliche, ich will... Wieso hab' ich die eine Maske nicht mehr? Weiß ich nicht. Ich will die jetzt haben. Die hätte ich... Die hätte ich perfekt designen können mit dem neuen Muster, das ich grad gekriegt hab'. Boah, ist doch doof. Ach, Maske ansehen. Ne. Äh. Maske... Gestalten. So. Muster. Ja. Kann ich auf die Sonnenbrille eh nicht anwenden. Berüchtigt. Hoxton. Okay. Es ist doch irgendwie voll doof, dass man die Masken nicht mehr Dings machen kann hier. Nicht mehr umgestalten kann, wenn man's einmal gemacht hat. Warte, ich schau mal. Na, ich will jetzt aber sagen, wir machen mal ne kurze Pause. Ein kurzes Aufnahmestopp. Und, ähm. Je nachdem, wie's aussieht. Sehen wir uns dann entweder aus der Sicht von Minecraft wieder, oder wieder aus meiner Sicht. Oder, mal gucken. Das entscheiden wir jetzt einfach mal spontan. Mit Würfeln. Mit Würfeln. Und Geisterbeschwörung. Bis später. 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 Bis nächsten Mal. Vielen Dank.